Heute machen wir etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich es geht um deine Konzepte in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Pflichten. Und wahrscheinlich hast du das schon gelernt in der Schule, dass Lernen wahrscheinlich nicht den Riesenspaß macht oder dass Hausaufgaben immer mühsam sind, dass ein Haushalt zu führen mühsam ist, dass wenn du in die Arbeit gehst, du manchmal keine Lust auf Dinge hast und dass das anstrengend ist. Oder im Gegenteil, dass du das Gefühl hast, egal was du tust, es ist nicht gut genug und du bist zu perfektionistisch und musst noch mehr machen und verausgabst dich auf diese Art und Weise. Also egal, ob du zu wenig Freude hast oder dich verausgabst, diese Meditation ist heute für dich. Und wir starten gleich mal rein und schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und jetzt mach mal folgendes, du legst deine linke oder rechte Hand, wie es dir lieber ist, aufs Herz und die andere Hand legst du auf deinen Nabel, zum Nabelschakra hin. Also eine Hand aufs Herz legen und die andere aufs Nabelschakra. Und da lässt du die Hände jetzt einfach mal liegen und ruhen und spürst mal die Wärme. Und jetzt atmest du mal tief ein und wieder aus. Und du sprichst jetzt zu dir, zu deinem Inneren. Heute geht es nur um dich. Und du lässt jetzt einfach mal deinen Namen da auch fallen. Also heute geht es um dich, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Heute geht es um dich, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Und heute bin ich für dich da, in meiner Erwachsenen-Energie, in meiner Spezialistinnen-Energie, in meiner Spezialisten-Energie. Um dir zu helfen, aus deinem Druck mit deiner Arbeit oder deinen Verpflichtungen rauszukommen. Dass du mehr Freude empfinden kannst und dass dir das alles leichter und spielerischer von der Hand geht. Und du wendest diese Botschaften direkt an dein Unterbewusstsein. Und während du so vom Gefühl her mit deinem Unterbewusstsein sprichst, also die Energie fließt runter in deinen Nabel, spürst du auch, dass über dir eine liebevolle Energie ist, die auch mit dir arbeitet. Und das ist so das göttliche Bewusstsein. Und auch das ist jetzt für dich da und inspiriert dich. Du bist getragen, du bist geborgen. Und alle deine Themen bezüglich Beruf, Tätigkeiten und Verpflichtungen werden heute mal bearbeitet. Und diese Reise beginnt jetzt mal. Du atmest mal tief ein und wieder aus. Dann kannst du deine Hände ganz entspannt wieder hinlegen, wie du möchtest. Und diese Reise beginnt bei deinen Gelenken, deinen Kniegelenken, deinen Hüftgelenken, deinen Fußgelenken, Handgelenken, Ellenbogen, Schultergelenken, deinem Hals. Überall, wo du flexibel sein solltest und beweglich sein solltest, diese Chakren werden jetzt mal durchgereinigt. Alles, was in meinem Körper steckt, alles, was eingerostet ist, vielleicht durch alte Glaubensmuster, in Bezug auf Tätigkeit, den Glauben, dass ich mich ermüde, dass ich mich verausgaben muss bei meiner Arbeit, all diese Energien werden nun von meinen Schultern genommen, von meinen Gelenken genommen. Ich reinige mich und kläre mich. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie von diesem großen Licht über dir, aus der göttlichen Ebene, Heilung einfließt, über dein Scheitelschakra, hinein in deine Gelenke, den Hals, die Schultern, die Ellenbogen, die Handgelenke, bis runter zu den Fingerspitzen und weiter auch noch den Rücken entlang in deine Hüfte, in deinem Becken und in deine Kniegelenke und Fußgelenke. Und mit dieser Reinigung und Heilung und mit diesem Ausgleich werden auch gleichzeitig auf der mentalen Ebene Blockaden gelöst. Und zwar Sätze, die dich hindern, die dich in dir blockieren. Ich kann nicht, das geht nicht, das ist mir etwas zu schwer, ich schaffe etwas nicht. Also auf gut Deutsch gesagt, die Ohnmachtsenergien werden nun gereinigt und transformiert. Und du kannst diese Bitte auch nochmal ans Göttliche richten. Bitte transformiert jetzt alle meine Ohnmachtsenergien, die mich daran hindern, eine erfüllte Arbeit, eine erfüllte Tätigkeit auszuüben und die mich daran hindern, mich auch wirklich so zu entfalten, wie ich möchte. Und die, die die Freude aus meiner Arbeit nehmen. Und du spürst jetzt diese transformative Energie, wie sie wirklich aus dem Göttlichen in dich einfließt und diese Ohnmachtsenergien, diese Verneinungen, diese Verhärtungen aus deinem System nimmt. Genauso wie die Verhärtungen aus deinen Gelenken entfernt wurden. Und erlaube dir jetzt einfach mal, die Unendlichkeit zu erkennen. Und wie erkennst du die Unendlichkeit? Du kannst dir vorstellen, du schaust in den Sternenhimmel und siehst eine unendliche Weite, eine unzählige Vielfalt an Lichtern, an Raum. Stell dir mal diese Weite vor. Und stell dir mal die geistige Weite auch vor. die Möglichkeiten zur Inspiration. Und lass das mal auf dich wirken. Mach dir bewusst, ich beobachte die Unendlichkeit. und ich bitte um einen Eindruck der Unendlichkeit. Und spüre das mal, das Unendliche. und spüre auch, dass in dir das Unendliche sich widerspiegelt. Und erlaube jetzt mal, dem Unendlichen in dir noch mehr Raum zu geben. Und dieses Unendliche hat ein Zentrum aus strahlendem weißem Licht. Und dort werden alle Möglichkeiten geboren, ins Geistige hinein. Das sind nur Schämen, das sind nur Formen, die noch keine Materie besitzen. Und aus diesen unendlichen Formen, du kannst dir das vorstellen, wie ein Zimmermann, wie eine Tischlerei, die unendlich viele Möbel rausbringt, in allen verschiedenen Farben, Formen, Größen, mit verschiedenen Musterungen. Und genauso ist jetzt dieses Zentrum. Und das bringt Formen hervor. Vielleicht geometrische Formen. Vielleicht abstrakte Lichter. Aber es gebiert andauernd. Es ist ein permanenter Schöpfungsprozess. Und aus diesen unendlichen Formen betrachte das mal, wieder Sterne, Planeten, Staubkörner geschaffen werden. Und beobachte, dass das Staubkorn genauso wie ein Planet aus Liebe gemacht wird. Denn dieses Zentrum ist reine, bedingungslose Liebe. Und bitte jetzt mal drum, dass alle Vorurteile aus dir entfernt werden. die du jetzt in dir trägst, die dich ablehnen lassen, die dich werten lassen. und atme jetzt mal tief ein und wieder aus. und mach mal kurz bewusst deine Augen auf, weit auf, atme tief ein und schließe sie wieder beim Ausatmen. und nun spüre die Unendlichkeit in dir. Und spüre die Unendlichkeit in dir. Spüre, dass du aus der Liebe kommst und dass du aus Liebe gemacht bist. und spüre jetzt, dass deine Tätigkeiten dieser Liebe entsprechen. Es geht gar nicht, dass du etwas tust, das außerhalb dieser Liebe existiert. Keine Arbeit, egal wie nervig sie dir erscheinen mag, egal wie nutzlos sie dir erscheinen mag, ist letzten Endes aus diesem Geiste geboren. Und alles, was nicht aus diesem Geist geboren ist, Pseudo-Arbeit, Pseudo-Tätigkeiten, Zeiträubereien, das darf jetzt deine Aura, dein Energiefeld verlassen. Und das tut es auch. Alles, was nicht dieser Liebe entspricht, Verlässt jetzt dein Feld. Hier ist kein Platz mehr für lieblose Tätigkeit. Ich liebe das, was ich tue und ich liebe das, was mich tun lässt. Und erlaube dir nun diese Frequenz, diese tiefe Liebe noch einmal ganz klar zu empfangen. und spüre, dass du da bist, um Freude, Klarheit, Liebe und Bewusstsein auf die Erde zu bringen. und spüre, dass du hier und heute genau jetzt am richtigen Ort bist. Aber dass dir die Welt offen steht, dass das kein Ort ist, wo du ewig verweilen musst. und spüre, wie du dir Schritt für Schritt dein Leben, deine Tätigkeit leichter werden lässt, zufriedener werden lässt, und wie du alten Perfektionismus und Anspannungen auch hinter dir lässt, alte Enttäuschungen, altes Scheitern weit hinter dir liegt, sondern dass du als Schöpferin und Schöpfer in deinem Leben absolut klar und kraftvoll dich entfalten kannst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und bedanke dich jetzt mal bei dieser unendlichen Energie in dir. Erlaube dir, alles hinterfragen, alles grübeln, auch noch einmal abzugeben, dass dein Kopf frei wird, frei für Inspirationen, frei für das göttliche Licht und erkenne mal dieses Licht und genau in dieser Energie, in dieser Erkenntnis, in diesem Licht richtest du dich nochmal an dein Unterbewusstsein, dein inneres Kind. Also leg nochmal deine Hände aufs Herz und aufs Nabelschakra und sag deinem inneren Kind einfach mal, schau wie schön. Schau wie schön das Leben ist. Schau aus welcher Schönheit du geboren wurdest. Schau wie schön du bist. Meine Liebe Punkt, Punkt, Punkt. Schau wie schön du bist mein Lieber Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und spür mal, dass dein Unterbewusstsein jetzt aufmacht, dass es sich freut, dein inneres Kind und dass du in deiner absoluten Autorität voller Freude und auch Schöpferkraft jetzt nach vorne gehen kannst. Perfekt. bedank dich bedank dich bei der geistigen Welt bedank dich bei deinem Herzen und bei deinem inneren Kind und spüre, dass du jetzt als Schöpferin und Schöpfer in dein Alltagsbewusstsein zurückkehren kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch, bewege dich und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen und fühle dich klar und entspannt. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Ich freue mich natürlich über deine Kommentare und lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Erni. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.